Hallo und herzlich willkommen auf Lurelda.de. Ich möchte euch heute etwas über die Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung zeigen. Dazu schauen wir uns ein Spiel an, das heißt Mechsle oder im hochdeutschen Sprach von Mechschen oder Meier. Es wird mit zwei Würfeln gespielt, die verdeckt mit einem Würfelbächer gewürfelt werden. Und dabei wäre das höchste Ergebnis eine 2 in eine 1 oder eine 1 in eine 2, das sogenannte Mechsle. Schauen wir, was ich jetzt bekommen habe. Das ist eine 4 und eine 4, der sogenannte 4er Pasch. Auch ein hohes Ergebnis, aber nicht so hoch wie das Mechsle. Das Mechsle steckt jede andere Kombination. Es ist natürlich interessant zu fragen, wie wahrscheinlich es ist, dass wir so einen Mechsle bekommen, wenn wir einmal würfeln. Und das wollen wir uns heute anschauen. Dafür müssen wir allerdings einige Grundlagen erarbeiten. Das tun wir, indem wir uns erstmal einen einfachen Würfelwurf anschauen. Ein einfacher Würfelwurf, also ein Experiment, wo alle Ereignisse gleichwahrscheinlich sind, nennt man Laplace-Experiment nach dem französischen Mathematiker Laplace. Das ist natürlich auch ein bisschen zu sehen. Neben dem Würfel wäre ein weiteres Beispiel für ein Laplace-Experiment ein Münzwurf, da wären die Ereignisse Kopf und Saal gleich wahrscheinlich. Und jetzt wollen wir uns anschauen, wie wahrscheinlich es ist, beim einfachen Würfelwurf genau eine 1 zu erzielen. Dazu gibt es eine Formel, die sogenannte Laplace-Regel, mit der wir das ausrechnen können. Die Formel besagt, dass die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses A, also bei uns gerade die Wahrscheinlichkeit einer 1 zu würfeln, gerade die Anzahl der günstigen Ereignisse, also gerade die 1 bei uns zum Beispiel, geteilt durch die Anzahl aller möglichen Ereignisse. Das ist jetzt mathematisch aufgeschrieben, wäre die Mächtigkeit von A geteilt durch die Mächtigkeit von S, das heißt der Betrag von A geteilt durch den Betrag von S. Das heißt gerade eben die Anzahl der jeweiligen Ereignisse in dieser Menge. Bei uns wäre das, wenn wir fragen, wie wahrscheinlich es eine 1 ist, da wäre die Menge A gerade eben die 1 selbst und die Menge S alle möglichen Ausgänge 1 bis 6. Dementsprechend wäre dann die Wahrscheinlichkeit einer 1 zu würfeln, gerade die Anzahl der Elemente in dieser Menge, das ist genau ein einziges Element, nämlich die 1, durch die Anzahl der Elemente in dieser Menge, das sind gerade 6 Elemente. Das heißt die Wahrscheinlichkeit einer 1 zu würfeln ist 1 Sechstel, wie sich vielleicht einige von euch schon gedacht haben. Und nun können wir mit Hilfe dieser Formel, die wir jetzt gesehen haben, die Wahrscheinlichkeit berechnen, wie wahrscheinlich ein Wechsel ist, bzw. wie wahrscheinlich es ist, eine 2 in eine 1 bei einem zweimaligen Würfelwurf zu würfeln. Dazu betrachten wir wieder unsere Gesamtmenge S, also die Menge aller möglichen Ausgänge. damit hätten wir alle abgedeckt, die bei der ersten Lüfe eine 1 haben, dann kämen die 2 und die 1, dann kämen die 2 und die 2, dann kämen die 2 und die 3, bis 2 und die 6, das werden alle, die im ersten Lüfe eine 2 haben, und so weiter. Dann wären wir dann die 3 und die 1, bis 3 und die 6, 4 und die 1, 4 und die 2, bis 4 und die 6, 5 und die 1, 5 und die 2, bis 5 und die 6, 6, 1, 6, 2, bis 6, 6. Somit haben wir also alle Möglichkeiten abgedeckt. Wenn wir jetzt abzählen wollen, wie viele Elemente dieser Menge drin sind, kann man erkennen, hier in der ersten Reihe haben wir 6 Elemente, in der zweiten hätten wir auch wieder 6, dann wieder 6, 6, 6 und 6, das heißt wir haben 6 mal 6 Elemente gleich 36. Man hätte sich auch so überlegen können, dass wir hier 6 Elemente in der Breite und 6 Elemente in der Länge haben, dass man es dann wie bei einem Rechteck, Länge mal Breite 6 mal 6 durch 36 berechnen hätte können. Und jetzt müssen wir noch die Anzahl aller günstigen Ereignisse bestimmen, das heißt gerade die Ereignisse aus dieser Menge, bei denen ein Wechsel gewürfelt worden wäre. Das ist die 1 und die 2 und die 2 und die 1. So, und jetzt können wir die Formel einsetzen. Wie viele Elemente sind in dieser Menge? Das sind 2 und in dieser Menge haben wir gerade bestimmt 36. Das heißt, 2,36 ist gekürzt, 1,8. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, ein Wechsel zu beurteilen, ist gerade 1 zu 18, bzw. jedem 18, wo wir im Schnitt stehen. Danke. Danke.